Ja, willkommen zurück. Was bist du? Noch so einer. Hau ab! Oh. Raw Science. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was kann ich nun machen? Etats voll. Immer Rinder mit den Pilzen. Was kann ich nun damit erledigen? Aufstieg. Das geht bestimmt hier noch irgendwie weiter. Benutzen. Was kann ich nun damit erledigen? Macht das Sinn? Langzugehen oder nicht? Ja, ich will jetzt nicht unbedingt eine Fackel nehmen, weil die macht ja auch wieder Licht und lockt wieder Viecher an. Die Spinnen sind hier momentan erstmal das größte Problem. Vielleicht kann man sich auch dran vorbeischleichen. Oh, oh. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, gut. Wo bist du? Komme ich jetzt weiter? Hey. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo ich hin muss. Ist ich jetzt hier lang? Nee, von hier bin ich gekommen. Okay. Verstehe jetzt nicht, wo ich hin muss. Wäre schön, wenn es hell wird. Vielleicht sehe ich da noch ein bisschen mehr. Okay, hier war ich noch nicht. Die machen wir jetzt lieber erstmal. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, nö. Nein. Oh, Mann. Das ist schäbig. Das ist nichts, nichts gut. Oh, wieder alles lang. Oh, what the fuck. Das fette Vieh ist erwacht. Noch so, noch so. Oh, der hat zum Streifen hier die Dicken-Dicken. Oh, Leute, schau. Ich will doch nur meinen Rucksack wieder haben. Oh, Gott. Alles will mich töten. Oh, weißt. Habe ich aktiviert. Oh, ich will doch mal wieder Tark hier. Oh, das kann nicht wahr sein. Jo, schön mittendrin. Irgendwo wurde da gefallen. Jo. Da leuchtet irgendwas. Eine Kiste. Hier ist die Kiste. Mal hier zurücklassen. Hier, komm. Ähm. Ich komme jetzt hier nochmal hoch. Ich weiß es nicht mehr. Ah, hier ist das Ding. Inventar. Ja, brauche ich es. Oh. Ja, ist der Aufstieg. Das ganze Gelump ist noch tot. So. Kann ich noch irgendwas? Kann ich hier mitmachen? Ah, okay. Ist klar. Ähm. Analisieren. Okay, hätten wir das. Und hier einfach das. Tschüss. Ich muss jetzt irgendwie zu einer Zip-Line kommen. Oh, geht noch ein Pfeil. Ich habe schon gehofft, dass sich hier ein neuer Tropfen gebildet hat. Aber... Nein. Da muss ich wahrscheinlich hin. Wie komme ich da hin? Ich sehe so richtig gar nichts. Ah, hier muss ich... Ja, hier muss ich rüber. Ah, okay. Müssten wir hier reinkommen. Jawohl. Gut. Das ist ein Pfeil. Oh, 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 oh! Was habe ich denn jetzt gefunden? Nebenwirkung, okay. Verbrauchen wir. Gut. Gut genährt Dornen. Kann man nicht stacken? Brauche ich denn noch was zu trinken? So, sind wir jetzt hier. Ja. So. Einlassen, ersetzen. Vielleicht kommt man ja auch vorbei, ohne sie aufzuwecken. Jawohl. Ja. Ja. Okay. Ja. Du, Herr, ich hau hier ab. Das sieht aus, ob hier ein dickes Ding haust. Nein, 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 nein. Komme ich jetzt hier wieder weg? Nicht eigentlich. Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder weg? Wenn ich meine ganzen Pfeile in das Vieh buttern, das macht ja keinen Sinn. Sind runtergefallen, ja. Habe ich noch bis zum Tag? Komme ich eigentlich wieder wieder weg hier? Komm. No risk of fun. Ich bin jetzt hier unten. Okay. Alles wird jetzt hell, das ist okay. Schade, dass hier keine Shortcuts gibt, ne? Und wieder alles. Schade, dass es keine Shortcuts gibt, ey. Ärgerlich. Und wieder alles. Hm, ich glaube mittlerweile kehre ich den Weg in und aus eigentlich. Oh, hier liegen Pfeile von mir. Mitgenommen, der ist schlichtweg auch teuer. Bärenbrocken, ne. Ich will meine Pfeile nur haben. Stimmt, ich habe hier Spinnen abgeschossen, die ist runtergefallen. Und nochmal, weil es so schön war. Aber jetzt sehen wir, wie hier sind wieder was. Hier war ja Science. Stimmt, wir müssen jetzt zum Labor hoch. So, dahin. Dieser Weg wird kein leichter sein. Der Pfeile auch immer runter. Oh. Komm, schaffe ich das Wesen noch bis dahin. Ich habe ein Talent für sowas, ne? Da hin, da hoch. Dann müssten wir gleich bei der Zipline Nummer eins sein. Das hatten wir jetzt ja schon zehnmal, glaube ich. Ne, kann nicht sein, ey. Ähm. So, wir haben gelernt, hier lang. Okay, hier rüber. Genau, hier waren wir drinnen. Ah, meiner hält noch ein bisschen. Hm. So, nächste Zipline. Müsse ich jetzt zum Frisbee kommen. Was haben wir hier? Farbschema. Okay. Ähm. Da. Ich komme hier am effektivsten rüber. So. Und weiter geht's. Ich bin so. 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 So, jetzt. So, jetzt sind es weggezogen, Maris. So, erstmal Inventar anwenden. Was haben wir hier noch? Verbände. Mit Kassette. Unsere little trip to Stormin' Beecher's Wake Park has given me fresh inspiration. A particular attraction sported a zipline over an undulating pool filled with sun-baked tubers. Basking in the light of the cruel sun that baked them like red, red raisins. But I digress. It was the zipline that captured my imagination. Such an elegant solution to my problems in the hedge. When we got home, it was straight back to work. After another argument, of course. Okay. Beckenmeister. Das ist ein richtiges Labyrinth hier. Irgendwo spinnen. Boah. Gehen wir weiter. Uh. Genau. Patscher und Rufter. Jawohl. Jawohl. Wann ist einmal geöffnet. Danke. Was war noch hier? Was war noch hier? Boah. Wann ist einmal geöffnet. Wo ist es? Oh. Alter, hier ist doch garantiert eine Spinne drin. Fisst mich. Du nicht, Keule. Boah, ey. Kein Bock auf euch, ihr seid nervig. Seid ihr nervig. Boah, nein, nein, oh. Boah, meinst du schnell. Bumm. Nein, 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 nein. Oh, sieh. Da braucht ihr viele Pfeile. Eigentlich könnte ich mich auch schnell heilen. Muss ich wirklich gegen sowas kämpfen? Oh, komm. Und er ist nicht tot. Komm ich jetzt da wieder hin? Die ist abgesegelt, aber... Ich muss mich da jetzt wieder rein. Oh, nein. Oh Gott, ey. Keine. Gut. Wir werden an dem Punkt gleich weitermachen, wenn ich mein Zeug gehoht habe. Bis denn. Au. W्VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV2VVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVveVVVVVVVVVVVVV beautyVVVVZVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV bluetoothVVVVVVVVVVVVV